Des einen freut, des anderen leid. E-Scooter werden immer beliebter. Umso wichtiger ist es, alle Regeln zu kennen, die für die elektrischen Roller gelten. Das Mindestalter. Jeder ab 14 Jahren darf einen E-Scooter fahren. Dafür ist kein Führerschein nötig. Erlaubte Fahrbahnen. E-Scooter dürfen auf Radwegen, Radstreifen und Fahrradstraßen unterwegs sein. Sind diese Optionen nicht vorhanden, kann auf die Straße ausgewichen werden. Kein Alkohol erlaubt. Für E-Scooter gelten die gleichen Regeln wie für Autos. FahrradanfängerInnen dürfen keinerlei Alkohol trinken, wenn sie noch Roller fahren wollen. Für alle anderen gibt es klare Gesetze und saftige Strafen. Sonstige Regelungen. Es gibt keine Helmpflicht. Tragt aber besser trotzdem einen. Das Rechtsfahrgebot gilt auch für E-Scooter. Man darf nur allein Roller fahren, nicht zu zweit. Und absolutes Handyverbot am Steuer.